Jede Burg wird ca. 5 Minuten angeschaut von mir. Ich habe eine Stoppuhr hier. Alle gezeigten Burgen werde ich in der Videobeschreibung auflisten. Dort könnt ihr dann sehen ob eure Burg gerade dran ist. Bitte nur eigene Burgen zum anschauen anmelden. Dies könnt ihr tun per PN, über YouTube in den Kommentaren unter dem Video oder halt über Skype, wenn ihr mich in eurer Liste habt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Burgenfolge hier mit dem Ectowolle. Dem kleinen Wolli, Wollchen, Dings da. Keine Ahnung. Übrigens heißt er nicht Wolfgang mit Nachnamen. Oder mit Vornamen. Das heißt gar nicht Wolfgang. Komisch. Okay, ich will nicht lange drum herum schweifen. Ich mache jetzt gleich die Stoppuhr an. Ich habe die auch schon fertig. Also ich habe hier wirklich eine Stoppuhr. Und noch mal kurz, ganz kurz zur Info. Also warum ich gerne möchte, dass ihr halt mir sagt, eure eigenen Burgen. Das liegt halt daran, weil ich habe das zum Beispiel früher mal so ein bisschen, fand ich das nicht so toll halt. Also früher, vor ein paar Jahren, Tagen, Monaten, keine Ahnung. Irgendwann hat meine Burg geschaut und hat gesagt, das könntest du noch verändern. Ich meine, wenn ich jemanden frage und sage, hey, was kann ich an meiner Burg ändern? Und der sagt, das, 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 finde ich das okay. Aber wenn jemand einfach mal eine Burg schaut und sagt, ja, das habe ich irgendwie immer so ein bisschen genervt. Von daher, nicht, dass er denkt, nö, du bist aber komisch. Dann wollte ich noch mal ganz kurz auf den GLP-8 eingehen. GLP-6 geschrieben. Ich bin ein Held. Ich bin so ein kleiner Held, mach ja. Denn da habe ich im letzten Video gesagt, dass er sicher Kornspeicher bauen könnte. Da war aber noch nicht Legenden Level 11. Da kannst du mich Kornspeicher bauen. So, jetzt ist er die, aber ich gebe dir mal eben kurz mal halt, also sorry, hier, kannst du hochleveln. So, fertig. Äh, die, der, die erste Kandidatin ist Black Viva. Ich springe mal kurz hin und mache jetzt schon mal die Stoppuhr an. So, Stoppuhr läuft. Alles hervorragend. Die Black Viva spielt bei die Wurzeln und ist todesmutig. Hat zwei APs und dann gucken wir doch mal ganz fleißig mal in die Burg rein. Brennt etwas bei dir, würde ich mal sagen. Aber ich habe auch noch mit ihr, mit ihm, ihr, ich weiß nicht, ob sie eins, ihr, oder? Ja, mit ihm oder ihr halt geschrieben und dann hat er gesagt, ich kann dir auf jeden Fall so eine Knister-Sound dran machen. Warte ich mal kurz die Animation an, dann sieht es irgendwie. Yeah, wo ist sie denn? Wo sind denn meine scheiß Animationen? So, jetzt haben wir die Animationen auf jeden Fall an, dann können wir gleich noch so einen schönen Knister-Sound machen. Und dann können wir jedenfalls lustig in die Hauptburg halt so ein bisschen reingucken. Also, die Legendenhalle ist auf 139, ich glaube, du warst Legenden-Level, oh, 140. Ich meine, passt auch bei dir, läuft auch wunderbar. Dann, ähm, hattest du eine Bäckerei 5, habe ich gesehen, die war hier hinten so ein bisschen versteckt. Hast dazu noch einen Wachtturm 8. Stallung 3, gut, kommt aber gut überall hin. Also, das ist ja auch ein Grat im Grünen, auf jeden Fall wichtig. Deko, würde ich auch sagen, yeah, also bist du auf jeden Fall aktiv. Hast du auch eine Rubin-Mine, die habe ich nie gehabt, von daher, ich habe keine Ahnung, was man damit machen kann. Ich glaube, irgendwann kriegt man Rubine. Bist du gerade auch noch ein bisschen was am Reparieren. Und hast eine Feuerwache 3, was auf jeden Fall, denke ich mal, auch hilfreich ist, denke ich mal. Also, Feuerwache ist auf jeden Fall immer, halt, hilfreich. Feuerwache ist schon der Punkt 3, stand. Hier, und dein größter Kornspeicher ist auf 8. Hier gibt es ein paar 6er, ein paar 7er, ein paar 8er. Und du hast hier halt ein paar Brände versteckt, die auch freudig vor sich hin brennen. Ich mache mal Animationen wieder aus. Okay, dann wird es kurz knistern gesehen. Wir gucken mal weiter. Auf jeden Fall brauchst du aber auch noch Rohstoffe zum Löschen. Das ist ja wichtig. Wo schicken wir den denn mal? Ich habe, glaube ich, hier habe ich noch, braucht bestimmt Steine. Jeder braucht Steine. So, ist in der Stunde da. In der Stunde kriegst du Steine von mir. Dann gucken wir doch mal, oh, du hast sogar ein Achter. Hm. Ja, gucken wir nicht, nicht in den Achter reingucken. Dauert nur alles wieder viel zu lange. Ich bin ja auch schon wieder zwei Minuten am reden. Ja, dann sehe ich alles noch mal in der Stoppuhr. Okay, im Eis brennt du auch hin. Oh, da brennt sogar dann Stellung. Das hat ja keine Rubin-Gebäude, die eins sind, ne? Hast hier ein paar Deko drin, ein paar Kühler halt. Und ich glaube, ihr werdet, glaube ich, in jeder Welt relativ gut angezündet. Also auch mit dem Brand-PV und sowas, wenn du auch im Ausbau bist. Schwierig, schwierig, schwierig. Okay, äh, ja. Was soll ich dazu sagen? Probier einfach nicht zu brennen oder so. Auf, halt, scheiße. Das ist kacke. Äh, ich glaube, bei dir hätte ich die ganze Zeit über Animationen anlassen können. Sand. Okay, übrigens brennt einer. Oh, noch 16 Minuten. 16 schon. 16 schon. Gerade ein bisschen verguckt. Aber um dich herum sind erst dies. Yay. Äh, Belagerungswerkstatt hast du hier drin. Denn Verteidigungswerkstatt hast du hier drin. Stallung auf 1 hast und die übrigens brennt. Ähm, wenn ich es mal bemerken darf, äh, du, du brennst etwas. Hast eine Animation ausgemacht. Hast hier aber schon ein paar, äh, Schlossparks drin. Na gut, ja. Du brennst hier, glaube ich, etwas. Ich glaube auch nicht wirklich, dass du hier in den Welten Truppen hast. Aber du brennst auf jeden Fall ein bisschen in den Welten. Ja. Wollte ich mir eben kurz erwähnt haben. Und nicht erwähnt. Oh, haben wir noch ein bisschen Zeit. Gucken wir gleich mal in den Achter reingucken. Also, lalala, oh, hier brennst du nicht so doll. Ist ja super. Richtig viel, äh, hier Schlossparks. Oh, richtig schön Deko drin. Hast eine Stallung 1 hier drin. Und ein bisschen was anderes hier auf jeden Fall. Und Kornspeicher. Sogar noch noch höhere Kornspeicher, die auf jeden Fall gut sind. Also, denk mal, äh, Eis und Sand, glaube ich, äh, muss ich dir, glaube ich, nicht sagen, dass du da, oder darf ich dir nicht sagen, oder brauche ich dir nicht sagen. Was beschreibe ich das denn? Dass da auf jeden Fall, äh, noch ein bisschen ausbaufähig ist. Und, äh, im Feuer sieht gut aus. Und in deinen Welten sah auf jeden Fall, äh, ne, im Grün sah auch gut aus. Ich guck jetzt noch mal fix. Ich guck grad, 20 Sekunden hab ich noch. Das geht, das geht hier voll fix, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Vielleicht muss ich noch mehr nehmen für euch. Weil ich mir auch gerne ein bisschen Zeit nehm' halt für euch, ne? Ähm, und hier ist halt dein Achter. Okay, der brandt auch schon halt. Alle auf Korn, alles 1 hier halt. Stallung 1 und ein bisschen was anderes. Okay, die circa 5 Minuten sind um. Ihr habt mal gesehen, wie fix das halt geht. Jetzt, äh, stopp' ich die Zeit. Und dann gehen wir ab zum nächsten. Der nächste ist unterstrich Markus unterstrich 7, 9, 8 und die Uhr startet. Todes, äh, ne, bösartig, bösartig. Hab ich mich grad versabbelt. Und bei den Trojanern. Gut, dann schauen wir doch mal in deine Burg hinein, lieber Markus. Du hast hier nämlich auch noch Kornspeicher bist, aber vom Legenden-Level auch noch nicht so hoch. Ja, auf 10, okay. Brauchst auch noch einen, wenn du auf 10 bist, hab ich da nicht nochmal, hab ich hier nicht noch irgendwo. Hab ich hier, ne, ach, schade. Ich hab dem grad immer einen GLP weitergeschickt. Sonst hättest du noch was zum Leveln haben können. Ich schick die ein, oh, ne. Mal gucken, vielleicht hast du ja einen anderen Bogen was, wo ich noch was schicken kann. Man sollte ja überall auch mal was verschicken können. Okay, also du hast eine Bäckerei 7. Hab ich hier gesehen. Und dein Wachtturm ist auf 5. Du hast, äh, hier deine, deine Farmhäuser sind auf 10. Du kannst ja auch erst in einem Level, also in einem Legenden-Level, erst einen Kornspeicher bauen. Ja, hab ich gut aufgepasst, ne. Und, äh, Feuer, Wache oder irgendwas dergleichen hab ich nicht gefunden. Brauchst du auch nicht unbedingt. Hast ja auf jeden Fall, bist du ja schon aktiv, hast ja auch schon ein bisschen was an Deko hier auch schon, äh, reingestellt. Und ich denk mal, dass das wird, kommt doch ganz auf, denk ich mal, wie du halt selbst spielst. Wenn du sagst, du möchtest viel spielen, baust du da halt viel rein, oder bist halt auch aktiver, und wenn du sagst, naja, guck da einmal am Tag rein, dann ist das, denk ich mal, auch, äh, machbar, das halt auch so zu machen. Hast ja so was schön so reingestellt, ist so alles auf jeden Fall super. Und brennt's nicht. Weil das, äh, drückt ja auch so ein bisschen die Produktion nach unten. Also das ist ja immer doof beim Brennen, wenn dann irgendwie eine Burg brennt oder so. Was ich hier jetzt nicht gefunden hab, ist dein, äh, dein Stallung. Wenn irgendjemand weiß, wo er seine Stallung verstärkt hat, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich wagen überlegen, ob er vielleicht hier hinter dem Bergfried die Stallung hinstellt, aber ich hab die hier bis jetzt noch nicht gefunden. Also ich hab hier zwar die Legendenhalle hab ich hier gefunden halt, aber seine Stallung, weiß ich nicht, ich find die irgendwie nicht. Ich find die olle Stallung nicht. Also, Markus, falls du auch noch selbst das Video siehst, äh, kannst du mir auch, äh, selbst schreiben, wo ist deine Stallung? Finden wir jetzt Markus seine Stallung. Aber, äh, fix weiter, denn ich hab schon wieder zwei Minuten versammelt. Ich denk immer, fünf Minuten sind lang, wann hab ich, äh, dreimal, äh, ja, 15 Minuten, hab ich insgesamt mal 15 Minuten. Das ist ja auch schon ganz schön lang. An sich halt, ne? Okay, hast du jetzt auch schon, oh, hier ist so eine Stallung eins, die hab ich gesehen, ha, die Stallung hab ich gesehen. Hast du hier noch ein paar Kornspeicher ein bisschen, äh, ja, brauchst du noch ein bisschen. Hast du aber auf jeden Fall die, die Mauer ist hier schon hoch. Das Tor bist du gerade am 5 Bau. Na gut, hier brauchst du noch ein bisschen, halt, mauermäßig umzubauen und der Bergfried halt auch noch auf Stufe 5 ist, denk ich mir, aber bist du auf jeden Fall gut dabei, guter Sache, guter Dinge, dass die doch schon mal gut auskommt. Ich guck mal, ob ich im Eis ein bisschen, äh, Holz und Stein für dich hab. Oh, ich hab, äh, Stein. Tun wir dazu, noch ein bisschen Holz, holzi, 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 holz. Ab geht's, eine Stunde unterwegs. Warum denn nicht? Dann hast du auf jeden Fall ein bisschen was. So, hier gucken wir jetzt noch mal eben kurz rein. La 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 la. Okay, hier musst du noch, hier darfst du auf jeden Fall nicht, nicht muss, muss hört sich immer so kacke an halt. Äh, hier darfst du auf jeden Fall noch ein bisschen was ausbauen, wenn du gerade mal lange wein hast. Hast du natürlich auch schon ein bisschen was ausgebaut, weil die sind hier schon auf 3, sind auf 2. Deko auf jeden Fall, Deko ist ja wichtig für die Produktion halt auch. Äh, ja, Farmhäuser oder halt natürlich halt die gleich direkte Kornspeicher, weil du brauchst im Endeffekt nur noch ein Level hoch, den hast du ja die Kornspeicher. Dann kannst du auf jeden Fall die Kaserne auch noch hochsetzen und ja, hier kannst du auf jeden Fall, also hier ist, hier ist glaube ich, äh, Baustelle, aber hast schon mal eine Stallung 1 drin, die ich bei dir in der Hauptburg übrigens nicht gefunden habe. Eieieiei, ist das manchmal schlimm. Oh, du bist auch nur noch im, äh, Wasser, du bist gar nicht im Feuer. Hey, ich war auch nicht zu Anfang im Feuer. Woo. Das, äh, ist schon mal gut. Für mich jetzt gerade ein bisschen doof, obwohl, na gut, ich labere eh zu viel, von daher ist eh kaputt. Okay, Feuerburg, kann ich nur Wasserburg, aber Wasserburg ist halt, ja, bist du eigentlich mal normal hier reingesprungen, hast du noch Lager 2 halt, jo, alles super. Okay, also bist du auf jeden Fall noch ein bisschen halt, kannst du ein bisschen halt, rum, hallo, rum bauen. Also dann, kommen wir mal zum nächsten, ich stoppe mal die Zeit. Der nächste, den ich hier habe, übrigens, äh, Stoppe wurde jetzt angeschmissen, ist Loronor Zorro. Ich denke, du hast den Namen von, äh, One Piece, ich habe One Piece auch ganz, also, bezüglich eine Zeit lang, sehr gerne geguckt, zur Zeit habe ich da ein bisschen rumgeschlampt, halt bezüglich mit den Folgen halt, von da habe ich das nicht mehr so viel halt geguckt, aber Loronor Zorro fand ich immer richtig geil, halt auch mit seinen, seinen Schwerter mit seinen ganzen Schwerttechniken und so, ich fand den immer halt, sehr nice. Übrigens besser als Raffi auf jeden Fall. Loronor Zorro immer, ey, kein Problem. Was, wir stehen hier irgendwo rum, wir kommen nicht weiter, kein Problem, ich hack mir kurz mal ein Bein ab, dann geht's weiter. Nein, tu's nicht, Loronor. Ach, ist doch kein Problem. Wir sind hier doch Männer. Ich finde ihn schon, ich fand ihn schon cooler, so. Auf jeden Fall ein cooler Charakter, den sie da halt, äh, geschaffen haben. Okay, du bist zwar OS-Centorion, Tentorion, hau'n wir mal an deine Burg. Äh, hier bist du auf jeden Fall noch ein bisschen kleiner halt, aber heute irgendwie viele kleine hast. Dein größtes Farmhaus ist auf 9, Stanno 1, äh, Wachturm 2. Ich denke, bei kleineren Levels ist auf jeden Fall alles noch, äh, kein Problem, denke ich mir. Ich glaube nicht, dass sie so oft angegriffen wird. Ich glaube, so auf Level 50 ist so langsam so eine, so eine Marke, wo du, glaube ich, echt schon mehrfach angegriffen wirst, weil da, glaube ich, die Leute auch nicht mehr wirklich Ehre verlieren können. Aber ich glaube, zuvor ist noch so, ist immer noch ein gechillteres Leben, denke ich mal. Bäckerei 2, aber natürlich, wenn du dich trollst oder sowas halt, ne? Klar, Leute, die ja irgendwie so trollen, glaube ich, die werden dann, glaube ich, auch angegriffen, auch wenn die Leute sagen, verliert halt Ehre, ist mir egal, ich bin jetzt sauer, ich greif den an. Kenne ich auch schon, oder habe ich schon mitbekommen. Forscher-Turm 2. Ja, und hier hat auch schon ein bisschen Deko, hier hat auch schon den, äh, Sage des Vogeln des Grauens. Bering-Wund hast du auch gemacht. Und so ein bisschen was anderes. Gucken wir mal weiter. Auf jeden Fall. Weißt du, du musst, oder darfst noch, sag ich immer musst, ach scheiße, jetzt habe ich keinen Bock mehr. La, la, la. Da darfst du auf jeden Fall auch noch halt ein bisschen was bei dir an Deko machen. Weißt du natürlich auch, dass wir noch ein bisschen was ausbauen kannst, da du ja auch ein kleineres Level bist. Aber hast du auf jeden Fall auch schon ein paar Sachen auch schon drin. Oh, da ist ein Achterholzstein. Spannendermaßen. Ich gucke jetzt einfach mal ganz stumpf einfach mal rein. Ah, das ist ein Achteres. Aber ich gucke da nur rein und sage dazu nichts. Aber wo ist Deko drin? Es ist übrigens aufgefallen, diese fünf Minuten sind vielleicht doch ein bisschen wenig. Ich bin jetzt schon wieder bei zwei Minuten, aber wir haben ja noch zwei Wochen bei dir. Hast du übrigens Aqua? Aqua. Okay, ja, hier hast du jetzt auch noch ein bisschen was wieder halt zu tun. Lalalala. Darfst du auch noch ein bisschen was machen. Bist du auch noch, denk ich mal, noch an weiter ausbauen. Hast du schon ein Lazarett drin, Stellung 1 drinne. Das ist auch schon dieses Belagerungsteil, den kannst du irgendwann machen. Also irgendwann halt RSDs halt holen oder von irgendjemandem ein Geschenk bekommen oder was auch immer halt. Bäckerei 1 ist auf jeden Fall auch noch drinne. Vorräte, ja, ein paar Wohnhäuser. Warum nicht? Kann man immer haben. Manchmal. Ich habe ja natürlich auch welche bei mir halt in der Hauptburg. Oder mich so ein Konstrukt in da reinbauen kann. Von daher, ja, warum nicht? Sag ich mir halt. Gut, du hast hier auf jeden Fall auch noch was zum Ausbauen halt hin. Ich kann dir leider keine Rohstoffe schicken, weil ich gerade Rohstoffe schon verschickt habe. No, 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 no. Äh, Wasser. Was ist denn jetzt interessant? Machst du was im Wasser? Wasser, Wasser, Wasser. Nee, 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 nee. Machst du nichts im Wasser. Warum bist du im Wasser? Blum, blum, blum. Okay. Okay. Hier ist jetzt auch nicht so ganz viel so Interessantes da. Dann müssen wir kurz nochmal zu deiner Hauptburg hin. Lalalalala. Gucken wir da mal eben kurz rein. Ich weiß gar nicht, ob ich noch Alpair, wo ich wirklich noch Holz und Stein oder sowas schicken kann. Aber ich gucke halt. Du bist auf jeden Fall auch ein bisschen halt aktiv. Brauchst du gleich noch ein, zwei Dekos. Lalalalala. Ich schicke dir einfach ein Geschenkpaket. Billiger als alles andere abzumachen. Brauchst du Leitern? Möchtest du gerne Leitern haben? Sag, du möchtest Leitern haben. Was? Ich verstehe dich nicht ganz. Hast du gesagt, du möchtest Leitern haben? Ich glaube, jeder möchte gerne Schilde haben. Schilde! Hier kriegst du 50 Leitern. So, haben wir es auch schon mal. Und cooler Name auf jeden Fall. Nore, wenn es natürlich von One Piece ist, hätte ich mich, glaube ich, auch gerne mal so genannt. Habe ich nur leider nicht. Ich Dovi. Heißt einfach Cirrus. Och kacke. So, beenden wir jetzt hier mal kurz die Stoppuhr. Zack. So, alle drei Bogen gezeigt. Ich werde die natürlich in der Beschreibung mit verlinken. Ich wünsche euch auf jeden Fall allen einen wunderschönen, traumhaften Tag. Schaltet gerne bei der nächsten Bogenfolge nächste Woche wieder ein. Und ich sage mal einfach mal bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen sagt der Ectowolle. Ciao. Bis zum nächsten Mal.